Willkommen zurück zu TCM1 R8. Mount Panorama werden wir den wunderbaren Scheibenwischer sehen und die Tankanzeige die sich gerade mal von 60 auf 70 über 80 langsam auf 90 zugehend der 100 nähert und da ist die 100 und da gehen wir raus ganz knapp vor R8 Proto. So jetzt das was ich vorhin angesprochen hatte im Qualifying, die Boxenausfahrtslinie ist da sehr, sie ist an sich sehr schön, bloß das Problem ist dass Gran Turismo den Wagen direkt so setzt, dass man kaum drum rum kommt drüber zu fahren. Ich habe immer direkt voll gegen gelenkt und ich glaube ich habe sie nicht überfahren, aber ich bin mir nicht ganz sicher und deswegen achten wir bei diesem Rennen da auf jeden Fall nicht drauf, weil halt GT leider nicht entlang der Ausfahrtslinie parallel, sondern irgendwie, keine Ahnung, komisch den Wagen ausrichtet, sodass er automatisch drüber fahren will, so irgendwas im Ruhsspiegel bei Proto halt gesehen haben. Das war so die gerade Linie, die er gefahren ist. Ich hoffe, ja toll, gegen die Wand gefahren. Ich hoffe übrigens, dass die Audioqualität einigermaßen stimmt. Ich muss momentan mit dem Pegel ein bisschen rumgucken und wie ich vorm Mikro sitze und so. Insgesamt denke ich mal, das passt ganz gut, aber Verbesserungsbedarf ist natürlich immer ein bisschen da. Ich bin ja kein Audioexperte, auch ein Grund, warum es mich so lange beschäftigt hat, etwas zu kaufen, dann muss ich halt erstmal irgendwie einlesen in das Thema. Das ist gar nicht so einfach. Okay, grundlegende Sachen wüsste ich natürlich, aber zum Beispiel jetzt für so einen, oh, Kröbe verpasst, wofür ich jetzt ein Mischblut mit sechs Eingängen brauche, als Player, das, äh, da musste ich lange überlegen und kam dazu, brauchst du nicht. So, die Strecke im Hintergrund jetzt langsam dunkel werden, also die Strecke ist natürlich immer dunkel, nämlich Asphalt-Schwarz, aber jetzt geht auch die Beleuchtung an. Eine wunderschöne Strecke finde ich im Dunkeln. Ich durfte mir wieder viel Gemecker anhören, wenn im Dunkeln sich doch so scheiße, dunkel und Regen und ich lasse mich doch immer nur beim besten Dingo fahren. Da kann ich nur sagen, so ist es halt, ja. Okay, ich meine, es sind doch die gleichen Bedingungen für alle und, äh, gerade hier im Dunkeln zu fahren, ist doch nochmal eine ganz andere Herausforderung, gerade auch, weil ich jetzt gerade alleine fahre. Man kann gut sehen, wie Kev da unglaublich weit vor mir ist. Ich weiß nicht, wie der mit dem einen Boxenstoppe so viel Zeit auf mich gut gemacht hat. Okay, ich hab die letzte Runde verschissen, aber so viel Zeit, ich seh ihn nicht mal auf der Karte. Ich hab mir seine Wiederholung nicht angeguckt, um zu sehen, wie er das macht, vielleicht kürzt er irgendwo ab, aber das glaub ich eigentlich nicht. Ähm, auf jeden Fall unglaublich, wie viel Zeit er da gut gemacht hat und jetzt ist es halt ein richtiger Fernkampf, ja. Ich muss versuchen, mich an Kev ranzufahren. Dazwischen ist dann noch Mirko. Und das Ganze auch noch im Dunkeln. Also, es mag am Dunkeln liegen, aber ich denke mal, das liegt einfach daran, dass wir hier so in Rennmitte sind. Und die Leistung, die ich hier in diesem mittleren Stint abrufe, ist nicht ganz so geil. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Die durchschnittlichen Zeiten während so einer dunklen Zeit sind natürlich so nur zwei Sekunden langsamer oder so. Da hat aber jeder mit zu kämpfen. Ich denke mal, die Leute, die die Strecke gar nicht geübt haben, noch ein bisschen mehr. Aber da gehört halt, also anderen Meisterschaften daran teilzunehmen, erfordert halt auch ein bisschen Vorbereitung, ja. Dazu gehört für mich zumindest die Strecke mal gefahren sein, um sie zu testen. Wie der Wagen sich verhält, was man für Zeiten fahren kann. Und wo vielleicht irgendwelche Auslaufzonen sind oder so. Und auch ein Setup finden. Gehört für mich persönlich dazu. Und wenn man das nicht macht, dann kann man sich halt auch nicht beschweren, dass man da irgendwie bei Nacht Probleme hat oder dass der Wagen nicht gut liegt. Ist halt einfach so, ja. Ich habe viel rumprobiert mit meinem Setup. Ich habe jetzt ein sehr gutes Setup gefunden, finde ich. Es fährt sich super. Und wer da noch mit Standard rumfährt, der verschenkt halt Potenzial. Es ist halt einfach so. Wer mit Standard fährt, verschenkt Potenzial. Ich meine, guckt euch das erste Rennen auf Apricot Hill an. Oder guckt euch Laguna Seca an. Auf Apricot Hill das erste Rennen, das hätte ich gewonnen. Vor allen Rutschstopp-Fahrern. Ja, also vor meinen Teamkollegen im gleichen Auto, die mit Rutschstopp fahren, hätte ich Apricot Hill 1 gewonnen, wenn die Loppe nicht abgeschmiert wäre. Und warum? Weil ich ein Setup hatte und die mit Standard gefahren sind. Mit leichten Anpassungen. Ja, und dann haben wir halt das Setup geteilt. War natürlich auch nicht mein Setup, das habe ich aus dem GD Planet. Und dann halt meinen Bedürfnissen entsprechend noch ein bisschen angepasst. Und zack, fahren sie auf einmal 2-3 Sekunden schneller als ich. Also kann man so grob sagen, so 2-3 Sekunden macht ein Setup aus. Und zumindest einmal ein ordentliches Finden gehört halt irgendwie zu einer Meisterschaft dazu. Genauso wie zu gucken, wie sich eine Strecke im Dunkeln fährt. Und ich finde, die konnte man eigentlich echt gut fahren im Dunkeln. Jetzt nicht so wie irgendwie auf einem... Nehmen wir an, Nordschleife. Ja, wir sind Nordschleife noch nicht gefahren. Das letzte Rind, Nordschleife. Da wird's Tag-Nacht-Wechsel gehen. Wir werden in etwa 24 Stunden fahren. Also halt einen kompletten Zyklus. Und da muss man sich dann überlegen, kann ich die Strecke? Dann ist das kein Problem. Kann ich die Strecke nicht? Dann sollte ich sie vorher üben. Denn die Nordschleife ist komplett um den Dunkeln zu fahren. Und das ist natürlich eine harte Sache. Aber keine Ahnung. Also irgendwie, ich investiere jetzt auch nicht allzu viel Zeit in den TZM. Ich weiß nicht, wie viel jetzt die anderen trainieren. Ich weiß, Team 3 hat jeden Freitag, oder fast jeden Freitag irgendwie Probe. Und wir sie zusammen die Strecke noch üben. Was sehr vorwärtlich ist. Aber ich bin froh, dass wir das in unserem Team 1 nicht so gemacht haben. Denn das ist auch immer so eine Sache. Da musst du wirklich jeden Freitag um 18 Uhr und so, muss ja dann da am Start sein. Finde ich jetzt nicht so gut. Gerade weil auch mit Uni-Aufgaben und so, das ist halt immer unterschiedlich, wann ich mal Zeit habe und wann nicht. Und ja, ich trainiere dann aber doch oft relativ oft miteinander mit, die halt auf dem TS sind. Das sind halt zum größten Teil die Team 3-Leute. Aber es ist doch egal. Ja, wir fahren halt zusammen, wir üben, wir testen den Wagen, stellen einen, haben einen groben Vergleich. Und das ist immer eine ganz schöne Sache. Und klar, wenn ich die Strecke nicht geübt hätte, also wenn jetzt GTA Academy nicht gewesen wäre, und wenn ich die nicht generell noch ein bisschen getestet hätte, dann könnte ich die auch im Dunkeln nicht fahren. Da könnte ich die im Hellen aber auch nicht so gut fahren. Und gerade bei der Strecke merke ich nicht so einen Unterschied zwischen hell und dunkel. So, während ich hier ganz viel gelabert habe, habe ich ein paar gute Runden hingelegt. 1,51,9, 1,52,2 und 1,52,0. Sehr, sehr, sehr schnelle Rundenzeiten für die aktuellen Bedingungen. Und das ist halt das, was ich sage. Ich sehe hier jetzt nicht so den großen Unterschied. Man sieht die kommende Kurve zum Beispiel noch nicht. Ist ja egal, das geht gerade aus. Und was viel schlimmer wäre, ist, du siehst die Kurve generell nicht. Du musst dir den Bremspunkt grob erahnen, anhand deiner Beleuchtung, die du so hast. Aber hier reflektieren die Wände ganz gut, manchmal ein bisschen zu hell. Aber ich finde das grobe Fahrverhalten und so dadurch, dass die Strecke halt so eng ist, ändert sich eigentlich nicht. Also ich habe ja schon ganz gut rangekämpft an Mirko. Also ich glaube, den Abstand gründlich zu misshalten. Was aber viel interessanter ist, Mirko ist direkt hinter Kev und da habe ich dann nochmal richtig einen Schub gekriegt, weil ich gesehen habe, ey, wenn die zusammen da fahren, die halten sich ja sicherlich gegenseitig auf. Wenn sie beide ungefähr gleich schnell fahren, dann blockiert der eine den anderen da und dann umgekehrt. Ne, wie ist das halt so ist denn im Rennen? Du fährst halt schneller, wenn du keinen im Heck hast. Und da dachte ich mir dann, hoffentlich wird es dann ein langes Duell geben und ich schließe dann auf und gerade im Mitfühl sieht es dann immer wieder so aus und pow! Ich wusste, dass das jetzt dann so dumm, so dumm, ja. Ich meine, das war total meine Schuld, da gegenzufahren, total meine Schuld. Aber trotzdem, warum stellt man da einen Kurvenaufgang nochmal so einen fetten Reifenstapel oder so hin? Das ist doch einfach ein Sicherheitsrisiko. Das wird nun und nimmer bei der echten Strecke sein. Ich habe es noch nicht nachgeguckt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich da entweder, könnt ihr mir dann eine Bestätigung raussuchen und nur sagen, ey, du nimmst falsch, das ist auf der echten Strecke auch so. Aber das ist genauso, wie ich auf Suzuka gesagt habe, für die GT5-Sachen, die man da gefahren ist, wo man halt rausgekommen ist und dann ins Keyspad so ein bisschen und ich gesagt habe, das ist doch ein Sicherheitsrisiko, da ein Keyspad hinzumachen, ja. Und wieso macht denn da nicht auch Asphalt hin? Und Regulus hat es nachgeguckt und zack, da ist in Wirklichkeit Asphalt. Genauso wie ich nicht glaube, dass da so ein scheiß Reifenstapel steht. Und das hat mich über sechs Sekunden gekostet. Sieben Sekunden hat mich das gekostet, dagegen zu fahren. Rückstand auf Marvin an der Stelle, 48 Sekunden. Ich weiß, dass den Rückstand nicht den Mirko da auf Marvin hat. Dann geht es nochmal hier in die Wand. Und da war für mich irgendwie der Rhythmus raus. Ich bin bis jetzt ganz gut gefahren, aber jetzt war der Rhythmus halt irgendwie weg. So total. Und jetzt wird das ein Chaos hier, wenn ich da zurechtfahre. Das ist echt nicht mehr schön. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele gute Runden im Dunkeln gefahren bin. Hat sich wesentlich schlechter angefühlt. Aber ich kann mich daran erinnern, wie ich halt Marvin gesagt habe, Alter, diese Rundenzeiten, ne. Es ist unglaublich. Dann bin ich wirklich nur so 58 Rundenzeiten gefahren. Und da dachte ich mir halt wirklich, komm, jetzt hast du dir deine Rennen kaputt gemacht. Du siehst Kano zwar hinten nicht mehr, aber Kev kriegst du auch nicht. Weil ich da, Kano, da war so eine Phase. Dann lief's irgendwie nicht mehr sonderlich gut. Die Uhr sagt uns noch 1333 plus X. Die Reifen sagen uns, ja, da geht noch ein bisschen was. Aber auch da, was ich in der letzten Folge schon sagte, oder nee, was sind diese? Ist auch egal. Und man wünscht sich nachher ein bisschen früher reingegangen zu sein, wenn man am Ende die Reifen sieht. So, die nächste Rundenzeit kommt. Schauen wir uns doch mal an, was wir da haben. Es ist eine 1. 56. Vier Sekunden verloren. Ich bin aber an Kev vorbeigegangen, denn der ist in der Box gewesen. Aber wir haben auch gesehen, als wir hier am Rausbeschleunigen waren, da war der schon wieder unterwegs. Von daher krasser Unterschied. Kano geht auch an Kev vorbei. An solchen Positionen zu wechseln, kann man sich ungefähr denken, wie weit einer weg ist. Ich sehe Kano immer nämlich, aber irgendwie ist er vorbeigekommen. Anscheinend war es doch nicht Kev, der da gerade aus der Box gefahren ist. Er hat auch noch einen Platz an Toyota verloren. Und dann war es irgendjemand anders, den ich wohl überrundet habe, während er in der Box war. So Reifen sehen eigentlich noch ganz okay aus. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich jetzt reingehe. Aber ich denke mal ja. Denn es wäre eigentlich wirklich blöd, da noch weiterzufahren. Da wieder relativ nah an diesem Reifenstapel vorbei. Also teilweise, wenn man sich die Wiederholung immer genau anguckt, das sieht man in der Wiederholungskamera sehr gut. Das ist teilweise so unglaublich eng, so unglaublich eng, wie man da vorbeifährt. Aber es ist halt die Ideallinie, die da langführt. Du nimmst halt die Kurve so weit raus wie möglich. So, fahren wir rein oder fahren wir nicht rein? Ich würde sagen, wir fahren rein. Wir fahren rein, wunderbar, Boxen einfahrt, wieder aufpassen, komische Boxen einfahrt immer noch. und getroffen. So, wie viel tanken wir denn? Mal überlegen, wir haben noch relativ viel drin. Wir brauchen jetzt nicht so lang, nehmen wir mal 10 Liter raus und dann passt das. Wird wahrscheinlich nachher zu viel sein, aber lieber zu viel als zu wenig. Und damit verabschiede ich mich. Bis dann. Tschüss.